Was geht ab, meine Ringlab-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Der Ante Wilder hat vor einigen Wochen in einem Interview gesagt, falls er den Rückkampf mit Tyson Fury nicht bekommen sollte, dann will er auf jeden Fall einen Kampf mit Andy Ruiz Jr. Was würde jetzt also passieren, wenn beide demnächst im Ring aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen? Schreibt auf jeden Fall erst einmal kurz eure Meinung in die Kommentare. Interessiert mich, brennt, was ihr von diesem Kampf haltet und was ihr glaubt, wer diesen Kampf gewinnen könnte. Und jetzt geht's los. 2019 schaffte Andy Ruiz mit seinem Knockout-Sieg über den damals amtierenden Champion Anthony Joshua der erste mexikanische Schwergewichts-Box-Weltmeister zu werden. Zur selben Zeit stand Deontay Wilder mit 41 zu 0 ungeschlagen und kam gerade noch von seinem Unentschieden mit Tyson Fury und seiner brutalen Knockout-Vernichtung gegen Dominic Brazil. Und bereits damals haben beide gesagt, dass sie gerne gegeneinander kämpfen würden, um den König im Schwergewicht zu krönen. Einige Monate nach vorne gespult und auf einmal hatten beide ihre Titel verloren. Andy Ruiz hat den Rückkampf gegen Anthony Joshua verloren, während Deontay Wilder von Tyson Fury im Rückkampf verprügelt wurde. Aber auch ohne diese Titel bleibt der Kampf wirklich noch extrem interessant, meiner Meinung nach. Da Tyson Fury und Anthony Joshua aktuell auf dem besten Weg sind, dieses Jahr wahrscheinlich noch gegeneinander zu kämpfen und Tyson Fury nicht gerade großes Interesse daran hat, nochmal gegen Wilder zu kämpfen, muss dieser Kampf zwischen Wilder und Ruiz wohl früher oder später tatsächlich stattfinden. Und ich denke, das ist auch wirklich der perfekte Kampf zum aktuellen Zeitpunkt in ihrer Karriere. Denn trotz der Niederlage sind beide noch in der Top 5 der Gewichtsklasse. Deontay Wilder steht aktuell auf der 4 und Andy Ruiz ist aktuell auf der 5. Wenn die beiden also nochmal irgendwie an die Spitze kommen wollen, müssen sie erst einmal gegeneinander kämpfen. Aber jetzt mal die wichtige Sache. Wer von den beiden könnte diesen Kampf gewinnen? Um das ein bisschen besser analysieren zu können, müssen wir uns erstmal kurz anschauen, was die Stärken und die Schwächen der beiden Jungs sind. Fangen wir mal mit Deontay Wilder an. Von Deontay Wilder wissen wir, dass er ein absolutes Schlagkraftmonster ist und mit einer der härtesten, wenn nicht sogar die härteste Rechte aller Zeiten im Boxen hat. Alles was er trifft, da wird es dunkel und die Leute gehen schlafen. Reihenweise und das hat er in der Vergangenheit schon oft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seine Technik hingegen ist ein bisschen kritisch, muss man sagen. Er hat sich in seiner gesamten Karriere immer zu sehr auf seine Schlagkraft verlassen und ein bisschen zu wenig an seiner Technik gearbeitet. Daher hinkt die ein bisschen hinterher. Sein Kinn ist in Ordnung. Es ist nicht das beste Kinn, weil er kann niedergeschlagen werden. Das hat man schon in einigen Kämpfen gesehen. Wenn er gut getroffen wird, dann wackelt es ein bisschen. Aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie ein absolutes Porzellan- oder Glaskinn hat, das einmal getroffen wird und komplett zerbricht. Es ist also ganz in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir Andy Ruiz, der mit seiner knapp 60%igen Knockout-Rate im Vergleich zu Wilder natürlich nicht der krasseste Puncher ist. Aber dafür hat er eine Handspeed, die wir seit Mike Tyson wahrscheinlich nicht mehr so gesehen haben. Also es ist wirklich unglaublich, was der Typ mit seinem Körperbau für schnelle Hände hat. Und damit schafft er es oft, seine Gegner überraschend zu treffen und sie dann dadurch ein bisschen niederzuschlagen. So wie wir es beispielsweise im Kampf schon gegen Anthony Joshua gesehen haben. Seine Technik, muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr gut. Er hat es geschafft, für seine Körpergröße einen Stil zu entwickeln, der es ihm ermöglicht, seine meistens größeren Gegner wirklich gut unter Druck zu setzen und die dann auszukontern und auszuboxen. Sein Kinn ist auch ziemlich solide, muss man sagen. Er kann auf jeden Fall auch niedergeschlagen werden. Das haben wir jetzt auch im Kampf gegen Joshua gesehen. Und wenn er von jemandem wie Wilder klar getroffen wird, glaube ich auch, dass er auf jeden Fall runtergeht. Aber nichtsdestotrotz hat er auch kein Glaskin und kann schon recht gut einige Schläge wegstecken. Was noch ein wichtiger Punkt ist, und das ist höchstwahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, was diesen Kampf angeht, ist, dass beide Fighter gerade noch von einer Niederlage zurückkommen. Sowohl Ruiz als auch Wilder haben gerade einen Kampf verloren. Und das spielt ein bisschen mit der eigenen Psyche. Bei Ruiz war das so, und das habe ich damals sogar noch in dem Video zum Rematch zu Joshua vorausgesagt, dass er höchstwahrscheinlich ein bisschen zu sehr den Champion-Lifestyle genießt und dann unvorbereitet in den Rückkampf kommen wird. Und genau so ist es passiert. Er hat den Kampf verloren, weil er einfach nicht fit und nicht vorbereitet war. Und das hat er dann aber auch wenigstens zugegeben. Er hat dann gesagt, dass er einfach zu sehr mit Partys und allem beschäftigt war und sich nicht gut genug auf den Kampf vorbereitet hat und er deswegen verloren hat. Und dass er aber den nächsten Kampf wieder ernster nehmen würde. Er hat also Verantwortung für diese Niederlage übernommen. Er hat sich dieser Niederlage psychisch gestellt. Wilder hingegen wurde von Tyson Fury auf übelste Art und Weise verprügelt. Joshua hat Andy Ruiz nicht verprügelt, sondern ihn clever ausgeboxt. Tyson Fury hat aber Wilder wirklich, muss man ehrlich so sagen, verprügelt. Und anders als Ruiz übernimmt Wilder für diese Niederlage absolut gar keine Verantwortung. Er sucht aktuell alle möglichen Ausreden und versucht die Schuld an dieser Niederlage wirklich allen anderen in die Schuhe zu schieben. Hauptsache nicht selbst. Er sagt, dass das Wasser vergiftet wurde, dass sein Co-Trainer Marc Brillant ihn verraten hat, dass sein Kostüm zu schwer war, dass Tyson Fury betrogen hat. Was davon wahr ist und was davon nicht wahr ist, bleibt erstmal dahingestellt. Aber man sieht, er stellt sich dieser Niederlage nicht und sein Ego übernimmt das Ganze. Und hierbei, also das ist jetzt wirklich das ganz, ganz große Problem. Und zwar das Ego. Andy Ruiz hat eingesehen, dass er einfach ein fauler Sack war und sich nicht gut auf den Kampf vorbereitet hat. Hat das Trainingscamp umgeschmissen, hat sich jetzt einen neuen Trainer reingeholt. Und zwar Eddie Reynoso, der übrigens auch Canelo trainiert. Unter ihm hat er jetzt einige Kilos abgenommen. Sieht aktuell wirklich sehr, sehr fit und sehr spritzig aus. Konnte 2020 leider nicht kämpfen, wegen allem Drum und Dran, was auf der Welt passiert ist. Will aber dieses Jahr richtig loslegen. Und will halt der Welt einfach zeigen, dass er nicht irgendwie One-Hit-One da war und gegen Anthony Joshua mit Glück gewonnen hat, um sich wieder diesen Titel oder diesen Status zurückzuholen. Weil für ihn ist es halt auch so eine Sache, man muss es verstehen, er ist der erste mexikanische Weltmeister im Schwergewicht geworden. Die Leute haben ihn wie einen Helden gefeiert. Und dann im nächsten Kampf hat er sie alle gleich wieder enttäuscht. Und das ist schon ein bisschen Druck, der auf ihm da lastet und er will sich wieder beweisen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir Wilder, der die Schuld an dieser Niederlage überhaupt nicht bei sich sieht. Und das ist das Problem. Du kannst nicht an dir selbst arbeiten, wenn dein Ego übernimmt. Wenn du dir nicht eingestehst, was deine eigenen Fehler sind und sagst so, ey, nee, ich habe nicht verloren, weil ich einfach schlecht war, weil ich mich nicht gut genug vorbereitet habe oder weil meine Technik nicht gut ist, sondern ich habe nur verloren, weil das und das und das passiert ist, dann wirst du auch nicht die nötigen Schritte übernehmen, um dich zu verbessern. Du wirst nicht die nötigen Leute um dich herumstellen, die dir sagen, ey, du fauler Sack, du musst das und das machen. Nein. Er hat aktuell nur solche Waschlappen-Ja-Sager um sich herum, die ihm nicht sagen, was er zu tun hat, weil die Schiss davor haben, aus seinem Team rausgeschmissen zu werden. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Ich sehe halt keine Steigerung bei Wilder. Ich persönlich muss sogar ehrlich sagen, dass ich denke, dass das das Ende für Wilder ist. Auch wenn ich mir wünschte, dass er zurückkommt und wirklich einige harte, harte Kämpfe liefert, ich denke, dass diese Niederlage gegen Tyson Fury ihn im Kopf ein bisschen kaputt gemacht hat. Wenn beide demnächst in den Ring steigen und Andy Ruiz in der aktuellen Vorbereitung, so fit wie er aktuell zu sein scheint, in den Ring steigt, während Deontay Wilder mit seinem Ego in den Ring kommt, dann sehe ich die Chancen wirklich sehr, sehr schlecht bei Deontay Wilder. Natürlich, wie vorhin schon gesagt, Deontay Wilder hat immer die Möglichkeit, völlig egal, wen er da vor sich im Ring hat, auszunocken, weil er einfach dieses Knockout-Monster ist. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, dass Andy Ruiz diesen Kampf eigentlich gewinnen sollte. Wilder ist jemand, der extrem schlecht im Rückwärtsgang boxe. Wenn er nicht derjenige ist, der den Gegner unter Druck setzt und dann vorbereitet, ihn irgendwie ein bisschen in Bedrängnis setzt und dann mit harter Kombination und harten Schlägen kommt, dann hat er wirklich Schwierigkeiten, seine Aktionen aufzubauen und die harten Schläge zu finden. Und Andy Ruiz ist nun mal jemand, der sich einen Stil angeeignet hat, dessen Kern es ist, einfach Druck zu machen, den Gegner unter Druck zu setzen, meistens gegen größere Gegner zu kämpfen. Dadurch weiß er auch, wie er die Schläge meiden muss. Deontay Wilder schlägt oft solche schlampigen und langsamen Schläge, die nicht technisch sauber sind. Andy Ruiz wird meiner Meinung nach es schaffen, diese Schläge schnell zu meiden, in den Nahkampf reinzugehen und dann mit seinen blitzschnellen Händen Deontay Wilder so unter Druck zu setzen, dass er früher oder später einbrechen wird. Ich denke sogar, dass der Kampf ähnlich verlaufen könnte, wie der Kampf gegen Anthony Joshua, also der erste Kampf, dass er seine Aktionen findet und ihn dann mehrmals niederschlägt, um den TKO-Sieg zu bekommen. Ich denke, wie gesagt, die einzige Chance für Deontay Wilder wäre, diesen Kampf mit Knockout zu gewinnen, wenn er irgendwie ihn frisch trifft und Batz richtig gut erwischt und schlafen legt. Aber ich denke, dass die Skills und besonders die Geschwindigkeit von Andy Ruiz für Wilder in diesem Kampf einfach ein zu großes Problem werden und er früher oder später daran brechen wird. Es könnte natürlich sein, dass Deontay Wilder voll die krassen Veränderungen in seiner Karriere gerade vornimmt und sich die krassesten Trainer dazu holen, die ihn wirklich wie so ein Knecht durch das Trainingslager pushen und ihn wieder neu aufbauen. Aber ich bezweifle das irgendwie ein bisschen. Ich glaube, so wie er sich aktuell gibt, dass das Ego einfach bei ihm übernommen hat und es ist wirklich schwer, einen Fighter rauszuholen, wenn er aus dem Ego herauskämpft. Jedenfalls, das ist meine Meinung. Sollten beide demnächst kämpfen, denke ich, dass Andy Ruiz diesen Kampf gewinnen wird. Könnte wirklich interessant werden, aber ich bin gespannt, wie es laufen wird. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat oder Daumen runter, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf und ciao, ciao. Ah ja, und zum Thema Training, Freunde. Wenn ihr irgendwas für euer Kampfsporttraining braucht, Ausrüstung, Handschuhe, Boxsack, was auch immer das ist, checkt auf jeden Fall kurz den Sponsor ab, kundpond.de. Dort gibt es nochmal 10% Rabatt auf euren gesamten Einkauf mit dem Code RING10. Okay, auf geht's. Konzentration, Konzentration, now beginn. Falls ihr den Rückkampf mit Tyson Fury nicht bekommt, dann will er den Rückkampf... Als ob die schon mal gegeneinander gekämpft haben, Alter. Rückkampf. Kommentare, bevor wir mit dem Video loslegen. Nee, falsch. Es ist auch nicht so, dass er irgendwie einmal getroffen wird und dann direkt schlafen geht wie so ein Rapunzel. Schneewittchen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal.